Hallo ihr Lieben, heute habe ich mein Lesemonat für den Monat Dezember für euch und ich muss leider gestehen, ich habe nur zwei Bücher gelesen. Ich bin leider nicht zu mir gekommen, ich habe viel gearbeitet und als ich frei hatte, musste ich Geschenke kaufen und so weiter und deswegen habe ich nicht so viel gelesen, leider. Ich hätte gern mehr gelesen, aber ich wollte es euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten, euch zu zeigen, was ich gelesen habe und wie ich es fand und ja, ich wünsche euch allen nochmal ein frohes neues Jahr, ich habe das in meinem letzten Video vergessen zu erwähnen, ja, war leid und hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und hattet einen schönen Silvester mit eurer Familie oder euren Freunden, wie auch immer und ja, dann fangen wir jetzt direkt mal an mit den Büchern und ich zeige euch, was ich. Als erstes habe ich die Bestimmung, Tödliche Wahrheit von Veronica Rose gelesen, der zweite Teil von Divergent, also die Bestimmung und ich fand, also ich habe jetzt mir auch kurz danach den Film angeguckt, ich habe mir die Film erst nach dem ich die Bücher gelesen habe angeguckt, weil ich das gerne so wollte und ich muss sagen, in dem Buch hat es immer relativ lang gedauert, bis wieder irgendwas passiert ist und im Film war es dann alles wieder sehr schnell, es ging alles so zack zack und ja, also ich fand es hier ein bisschen, es hat sich ein bisschen sehr hingezogen und im Film war es mir zu schnell und also ja, es war trotzdem spannend, aber zwischendurch war es dann ein bisschen langweilig, deswegen habe ich es dann ab und zu immer wieder zur Seite gelegt und nicht weiter gelesen, ja, aber ich habe es dann ja doch geschafft, es zu Ende zu lesen, es hat ein bisschen gedauert, aber ja, ich fand es nicht so gut wie das erste, deswegen würde ich den so dreieinhalb Sterne ungefähr geben, das hört sich jetzt echt sehr wenig an, aber ich fand das erste Buch halt nicht so gut, als wenn ich es fünf Sterne geben würde, aber vier Sterne, ja, ich habe den halt vier Sterne gegeben und ich wollte den hier halt nicht auch vier Sterne geben, weil ich das hier nicht so fand wie das erste ja, deswegen ungefähr so dreieinhalb Sterne ungefähr, ja, ähm, es war trotzdem ganz spannend und ich werde auf jeden Fall den dritten Teil lesen, ich bin gerade schon dabei, ich hoffe, das zieht sich dann nicht alles so lange hin und das wird alles sehr schnell spannend, weil ich ähm, das gerne mag, wenn mich ein Buch direkt packt und es dann bis zum Ende durchgeht und ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann, war jetzt hier leider nicht unbedingt der Fall, ich hoffe, das dritte Buch wird besser und ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte enden wird, spoilert es mir bitte nicht in den Kommentaren, und, ähm, ja, das war das erste Buch, was ich in diesem Monat oder im letzten Monat gelesen habe. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das habe ich zu Weihnachten bekommen, das habe ich euch in meinem Weihnachtsgeschenke-Video gezeigt, das verlinke ich euch nochmal oben, unten in der Infobox, wenn euch das interessiert, was ich bekommen habe. Und zwar habe ich Forever in Love von Cora Comet gelesen und ich, oh, das war wieder so unglaublich toll, ich habe dem Buch wieder fünf Sterne gegeben, wie ich glaube, bisher allen Büchern, die ich von ihr gelesen habe. Ich habe ja bereits, ähm, diese Trilogie von ihr gelesen, ähm, Losing It, Faking It und Finding It und, ach, das ist natürlich wieder ein sehr, sehr tolles Buch von ihr. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt und ich finde es sehr gut, ich habe den zweiten ja auch schon in meinem Regal stehen und ich bin total gespannt. Ich wollte jetzt aber erstmal Diversion zu Ende lesen und dann mal gucken, was dann kommt. Ich denke, ich werde dann vielleicht das zweite schon lesen, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, in diesem Buch geht es um Dallas und sie ist halt, beginnt halt gerade ihr Studium und hat einen sehr strengen Vater. Und dann begegnet sie halt den Footballspieler, der heißt doch nochmal Carsen. Und mit Footballspielern will sie eigentlich nichts mehr zu tun haben, wegen ihrer Vergangenheit. Und da ihr Vater ja auch Footballtrainer ist und zwar war ihr am College und Carsen genau bei ihm im Team ist, möchte sie erst recht nichts mit ihm zu tun haben. Ja, und das zieht sich halt alle so ein bisschen hin und wir, äh, ein bisschen das typische Liebesgeschichten-Ding halt, ne. Und es ist halt was anderes, weil es hat halt viel mit Football zu tun und am College und, ähm, fand ich aber nicht schlimm. Fand ich sehr gut, sie hat auch geschrieben, dass das, ähm, dass ihr Vater selber, also die Autorin hat geschrieben, dass ihr Vater selber Trainer war am College. Zum Beispiel, oder allgemein Footballtrainer. Und irgendwie wird es hier gerade dunkel. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich fand es sehr, sehr toll. Ich hab das Buch nicht aus der Hand legen können. Ich hab's, ähm, auch, äh, in zwei Tagen durchgelesen. Ich hätte es auch an einem Tag geschafft, aber, äh, ich wollte mir noch ein bisschen was aufheben für die nächsten Tage. Deswegen hab ich's in zwei Tagen einfach gelesen. Und ich fand's toll und ich freu mich auf den, ähm, nächsten Band, auf den zweiten Band. Und den gibt's um Silas. Oder Silas? 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 Wie auch immer. Auf jeden Fall freu ich mich schon sehr auf den zweiten Band. Und es wird auch noch einen dritten Band geben. Der kommt nächstes Jahr im Juni raus. Am 1. Juni, glaube ich. Oder 1. Juli. Deswegen muss ich bis dahin unbedingt den zweiten Band noch gelesen haben, damit ich dann den dritten Band lesen kann. Ja, Koa Kamek ist einer meiner Lieblingsautorin auf jeden Fall, was das Genre New or Don't angeht. Auf jeden Fall ganz weit oben. Und, ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ob man da jetzt noch ein bisschen was über die beiden erfährt in dem weiteren Buch. Mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf und kann's kaum erwarten, weiterzulesen. Ja. Das waren meine zwei kleinen Bücher. Ja, mein kleiner Mini-Lesemunger sozusagen. Ich hab trotzdem versucht, ein bisschen mehr zu reden, dass es nicht, ähm, mega kurzes Video wird oder so. Ja. Auf jeden Fall waren das die zwei Bücher, die ich gelesen habe. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr gelesen habt letzten Monats. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und schreibt mir doch gerne Empfehlungen in die Kommentare, was ihr ins Nächste lesen soll. Ich hab ja so einige Bücher noch da stehen, die ich nicht gelesen habe. Wenn ihr vielleicht meine letzten Bücherhauer gesehen habt, da hab ich ganz, ganz viele Bücher gekauft. Ich hab einfach keine Ahnung, was ihr als Nächste lesen soll. Also schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr, ähm, wollt, dass ich es lese. Und das würde mich auf jeden Fall freuen und interessieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.